moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja wir wollen jetzt zurück noch mal nach der ich bin irgendwie aber auch gerne in diesem gebiet hier am anfang keine ahnung warum also sieht halt einfach so danach aus dass ich gerne noch hier bin weil es hier noch irgendwie noch viel zu holen gibt es hier noch mal heilwurzel so viel habe ich hier noch vergessen gehabt übersehen oder die sport nach oder was weiß ich was da hinten gab es ja auch noch ein paar wölfe großen ruder an wölfen die ich ja auch noch irgendwann besiegen will und ich merke schon dass wir langsam dunkel so und ich weiß jetzt auch noch nicht ob ich hier auch mit jedem geredet habe ich glaube es gab hier aber auch nur einen der wichtig war mach ja nicht noch mehr ärger wir können später noch reden pass auf dich auf mach hier nicht noch mehr ärger wir sehen uns das war glaube ich nur er passt gut auf dich auf mach hier nicht noch mehr ärger wir sehen uns passt gut auf dich auf mach hier nicht noch mehr ärger ich glaube wir haben hier schon alles aufgelöst wird wir reden später passt gut auf dich auch hier nicht noch mehr ärger können auch alle nur das gleiche sagen kann es sein wir sehen uns lasst sich nicht unter los auf mit der scheiße mach ja nicht noch mehr ärger genau hier wurden wir auch noch was konnten wir hier noch mal mussten wir werden wir wissen über die alte magie der alten hier werden wir leben lassen wir erst mal so welche hütte war es die wir ein gewissen ruften fläschchen man hat dann ich glaube ich lege mich hier einmal bis zum nächsten morgen ich dachte konnte mich da jetzt bedienen ich glaube ich will das gar nicht doch waren das jetzt mit einem alchemy ding der tut mir jetzt aber nix okay wenn wir ein tag schlafen dann tun die uns nichts mehr ich habe sie noch mehr ich habe sie noch mehr chemie plus 3 45 45 haben wir jetzt habe sie nicht noch mehr an dem ding aber jetzt kann ich kann jetzt heiltränke liebsten heiltränke hergestellt dazu fehlen mir die zutaten okay nice heiltränke jetzt haben wir 35 halt du wirst hier als dieb gesucht gesteckt vergessen wir die sache rausreden ich weiß nicht wovon du redest ich glaube dir kein wort die dir werde ich helfen ja gehen wir mal naja jetzt kommt er noch mit dem bogen das ist ja immer noch so viel ist ja richtig viel wird sich noch nicht eingesammelt habe ah ja und haben wir da auch noch eine blutfliege blutfliege ich speichere noch einmal bevor ich den da los schieße mir fällt mir gerade gar nicht okay aber der kommt hier nicht hoch kann sogar stehen bleiben ja blutfliege erledigt kann ich aber nicht looten verdammt aber wenigstens sind wir die los speichern wir wo wartende weitsicht ich höre ich höre du hast gold von den rebellen kassiert ja ich denke dir kann ich es an vertrauen sie waren hier und warten mich ihnen bescheid zu geben sobald wieder ein schiff in sicht kommt ich glaube sie geben die hoffnung nicht auf dass über sie irgendwann noch einmal ihre rettung hat gibt mir das geht mir das gold der rebellen ja natürlich das soll ein alter seemann schon mit so viel gold aber gibt es nicht leichtfertig aus den händen ja vierte gold erhalten und wir haben noch mal ein punkt im liebeskunden ok ich wusste nicht dass wir das so einfach machen konnten ich dachte der quatsch uns einfach deswegen mal an oder wir quatschen einfach deswegen mal an ich weiß nicht ob das jetzt als diebstahl zählt dass er uns jetzt irgendwie deswegen ankacken wird bediene ich jetzt einfach mal aus dort lang und oben noch was locker an sich es wirkt schon sehr riesig okay die map ist aber auch riesig ist ja jetzt diesmal der festland kompletten getan woche war es nur kurines und wird mental ich dachte hat wird geglänzt so hier die muss ich auch noch mitnehmen so noch mal kurz speichern bevor wir darüber gehen weil wir jetzt sehr wahrscheinlich gegen ein paar der banditen schon mal kämpfen dürfen ich mach dich fertig wir hatten gegen hallo bleibst du ne ... okay ... ... ... ... ich habe jetzt nichts gedacht dass es diesmal so einfach sein wird dann lag er noch ja nur ein holzschild so noch mal kurz speichern weil da war ja noch aber noch mal 500 erfahrung perfekt zu schwer verdammt so aber die dinge nehmen wir mit dann gehen wir noch mal kurz check hier ist ja sonst keiner mehr außer dahinten dodos zwei dodos so alles mitnehmen natürlich sie noch mehr zum sammeln warte mal wo waren das hier wo kann ich noch mal den beruf sind und an der jetzt da haben wir noch vergessen ein zusammeln da vorne sieht noch was da hinten auch noch mal ne ist doch nicht so einsammeln ok aber gehen wir jetzt zu checken sagen wir die halbungen sind erledigt die halbungen machen die halbungen machen ja keinen ärger mehr ich wusste du würdest mir helfen man jung ich habe nicht so viel was ich dir geben kann aber nimm dies als dank halt die ohren steif 50 gold und zwar erfahrung mit 25 ok nice wie viel fehlt uns auch die nächste stufe warte mal wie viel geld haben wir jetzt 1404 und schildparade würde ich gerne eigentlich machen wollen so 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 hier an der er lege die scheuen hirsche muss ich ja alle liegen oder wie nein komm ich will mich doch verarschen hier ja den haben wir hat jetzt einiges an fallen gekostet aber egal wie viel muss ich denn hier legen naja die wölfe da unten nein da ist er ja waren sie nicht mehr ich meine hier waren mal mehr wollen vorhin waren hier noch sechs stück von denen zu sehen wo sind sie sind noch mal fünf stück ok da ist ein scheiß drauf dann machen wir die doros hier ja schock also was war mit der truhe die haben wir schon geplündert genau hier ist auch noch jemand begraben worden da vorne sind schon dann die orks die uns angreifen sobald wir zu nahe sind hier die bandit haben wir uns schon darum gekümmert was ist mit den orks die da oben chillen sind wir schon okay die doros die es wollen doch nicht nach aber die blutfliege da vorne die ich noch ausweichen will so hier haben wir ja eine ork patrouille und vier orks speicher noch einmal und dann würde ich mal versuchen ich glaube ich würde ok keine gute idee aber die lüten mich nicht okay so da liegt meine waffe wenn wir jetzt noch mal was essen wir sind die töten uns nicht okay die hauen uns nur kaputt das heißt wir können es noch weiter versuchen muss ich dir da alter du forderst mich besser nie wieder raus okay die nehmen ja aber nicht das gold nämlich wir helfen euch wenn die mir schon die waffe wegnehmen dann bin ich am arsch ohne waffe kann ich ja nicht kämpfen hier das geht schwer und der eine das ist ein bisschen heftig der eine da der da hier gegen die komme ich hier noch nicht an das heißt sie müsste vielleicht doch noch mal ein bisschen in stärken ist ja dann gehen wir noch mal kurz drunter nach red wie viele heilkräuter hier noch sind ah die sind hier schon am arbeiten rebell und brent nichts zu tun dann gehe ich noch mal wirklich ein bisschen in stärken investieren so wie viel geld habe ich überhaupt 1404 könnte auch die schildparade mal auch investieren so äh norris würdest du mich im kampf unterrichten bring mir bei wie ich mit einem schild parieren dazu bist du noch nicht bereit starker schwert kämpfer müssen machen okay du hast nicht genug gold dabei okay dann machen wir ganz normal erst mal eine stärke nur weiter so so 161 stärke und ich gucke noch mal nach den kräutern die wir haben so was haben wir hier ausdauer plus fünf prozent das gold wert jagdgeschick plus eins hätten wir insgesamt hier plus neun dann hätten wir 110 gold wert lebensenergie maximale lebensenergie die würde ich so mal essen maximale mana auf kronstadt muss ich auch passen maximale ausdauer noch mal plus zwei hier stärke plus eins drachenwurzel ich spare das lieber seltsame pilz dieser pilz ist irgendwie komisch wow so krank gegen krankheiten lasse ich erstmal alles so stärke haben wir jetzt insgesamt aber 161 speichere ich noch einmal wir werden so oder so nochmal ein bisschen an punkte kommen woran ich kommen muss ganz wichtig ist irgendwie jetzt mal an gold wo kommen wir am besten an gold ran genau der konnte nur sachen verkaufen warte mal wie sieht man überall null außer rebellen ist immer noch zehn hat sie nichts verändert vielleicht sind wir jetzt aber stark genug gegen die box da oben würde ich noch mal schauen wollen ich esse aber auch noch mal kurz was so und speichern noch einmal bevor ich gegen die noch mal kämpfe so kann ich aus lass mich in ruhe kuss auf das feuer ist heiß mama du musst weiter lass mich in ruhe waffe weg ihr wollt damit aufhören okay das ist alter okay da da jo da gegen vier gleichzeitig ist da nee ich ergreif lieber die flucht jetzt gehörst du mir ähm nee ich wollte die fünf ich wollte einen heilplank hier kann ich jetzt nochmal so nein waffe was ist mit denen okay der ko da 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 oh der kommt jetzt mit der armbrust da 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 ja da das 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 was du bist du Da ist nichts mehr zu... Nichts zu holen. Nichts zu holen. Orgabenbrust. Okay, zwei haben wir besiegt. Dann die nächsten beiden. Den nächsten mit der Armbrust. Das war aber auch ein Kampf. So, äh... So, muss ich die töten oder wie? Da ist nichts mehr zu holen. Mein Schädel. Du wachst. Mein Schädel. Du wachst Glück. Hörst mir nur damit. Hör so voll. Oh! Da ist nichts mehr zu holen. Wie töte ich die? Du hattest Glück. Waffe weg! Du! Wie töte ich die? Jetzt verplügeln die mich. Wie töte ich die? Du hattest Glück in der Ruhe. Die Kraft. Du musst weiter. Lass mich in Ruhe. Pass auf, das Feuer ist heiß, Mora. Ist das nicht die Patrouille? Äh... Beseitige die Org-Patrouille auf dem Bauhof. Zwischen Redoc und... Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Org-Patrouillen. Äh... Äh... Nutzern zwischen uns und Adea. Das ist ja die hier. Wieso kann ich die nicht töten? Apropos, warte mal. Ich habe auch keine bessere Waffe. Benötigte Stärke 340, okay. Macht aber auch nicht allzu großen Schaden. Woher hast du... Waffe weg! Woher hast du die jetzt wieder her? Da ist nichts zu holen. Wieso kann ich die nicht töten? Ich muss die doch erledigen, oder? Waffe weg! Du wachst! Weg mit der Waffe! Ja, Mora! Weg mit dir! Waffe weg! Und ihr wollt damit aufhören! Okay, Waffe. Jetzt... Jetzt... Okay, so ist das wohl. Oder doch nicht. Waffe weg! Du hattest Glück, mach Waffe! Meine Knochen, weg mit der Waffe! Wie pötig ich die? Waffe weg! Ich versteh das nicht, aber wir haben zum Glück ein bisschen was eingesammelt von denen, um an Geld zu kommen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich die hier töten kann, damit sie besser fügt als erfüllt zählt. Oder ist das ein Bug, dass die da immer wieder aufstehen? Hier, ihm kann ich die Org Waffen verkaufen, ne? Zeig mir deine Ware! So, das können wir verkaufen, das auf jeden Fall! Org am Brüste! Die behalten wir erstmal! Das kann weg! Das kann weg! Und das kann weg! Dann blicken wir jetzt nicht! Oh, jetzt haben wir 3084! Okay, nein! Haben wir? Haben wir nicht! hier wieso kann ich die aber nicht töten da oben da sehe ich nur eine pflanze was ist mit denen kann ich die wenigstens töten die banditen konnte wenigstens töten konnte ich die orks nicht ich speichere noch einmal mach dich nützlich die flammen erinnern mich an den krieg so der hat dann einen namen solltest du nicht besser auf den feldern arbeiten ich will für dich hoffen dass du schon einen besitzer hast denn sonst gehörst du jetzt mir ich will euren sklaven da draußen haben du hast gar nichts zu wollen du wirst mir jetzt rede und antwort stehen mora und ich bin gekommen um dich zum zweikampf zu fordern ganz schön anmaßend von dir kleiner mann aber wie du willst du sollst deinen kampf haben niemand besiegt du hast mich IgMOR oder du hast dich du hast eine du hast dich du hast dich Wie sieht's aus? Ich esse nochmal ein bisschen was. Kann ich mit Topock nochmal reden? Wieso kann ich die aber nicht töten? Wundert mich ein bisschen. Oder sind die zu stark für meine Waffe? Ach, meine Knochen. Du hast dich gut geschlagen, Morra. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Äh, ich will euren Sklaven da draußen haben. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Der ist nicht so viel wert wie ein erfolgreicher Kampf, Morra. Du enttäuschst mich. Aber wenn du ihn willst, sollst du ihn haben. Und jetzt geh, ich hab zu tun. Befreie Cliff von den Orks auf den Bauernhof. Cliff, du Geistet. Mach keinen Unsinn, Franda. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Äh, was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schuft ihr mit dem Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied. Verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Äh, du gehörst jetzt mir. Du gehörst jetzt mir. Was? Wirklich? Wie hast du das gemacht? Frag besser nicht. Die Rebellen in Redoc brauchen einen Schmied? Die Rebellen in Redoc brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redoc zu finden ist. Äh, ich bringe die zu Javier, dem Anführer. Äh, erstmal, äh, du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorgt mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Dann bring dich zu Javier. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redoc. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Äh, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Komm. Ich darf ihn mitnehmen. Aber warum kann ich keine Orks töten? Ich habe hier den Orks schlechter bei mir. Aber, äh, also die Waffe und kann keine Orks töten. Sind hier, sind noch relevant? Wo, was haben wir hier? War ich schon hier? Ich war hier schon, okay. Komm, Cliff. Ich zeig dir dein neues Zuhause. Weit weg von den Orks. So, hier haben wir dieses Redoc. Mit wem muss ich reden? Mit Javier. Wie ich mir von mir aus. Oder Javier. Was ist er noch da? Cliff? Besser. Wollte schon sagen. Ich weiß nicht, wie ist er hier. Ich weiß nicht, wie ist er hier. Wie hat er sich da an? das schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten das hast du gut gemacht jetzt können wir unseren waffenvorrat wieder aufstocken warte was habe ich jetzt für einen ruf hier ruf bei den rebellen elf hier ruf redox 60 also sehe ich das hier ruf kaputt 45 hier adea ruf 100 hier noch 0 0 0 und herr haben wir 6 gibt es noch mehr orte die bisher noch nicht so entdeckt haben oder sind das schon alle scheitert habe ich noch nichts also warte erst mal auf alle scheitert nix hier das die truhe des alchemisten was gibt es in kaptun dieser dicke alchemist im kaptun hat eine truhe wo er sein zeug aufgebracht die oks bezahlen ihn mit der beute aus ihrem kriegstug da sollte was zu holen sei was haben sie die gestohlen ich war auch den weg nach adea mit fünf kisten lampen und tegas banditen haben alle kisten mit und ohne das öl bin ich ruiniert milch für den lagermeister also ja genau da war auch noch was das war ja hier lampenöl für adea ist aber ein kaptun und banditenklage der küstenregion okay so warte mal wir haben wieder zehn lernpunkte das heißt jetzt können wir das nächste machen da würdest du mich im kampf unterrichten so starker schwertkämpfer ich will starker schwertkämpfer werden kein problem ein starker schwertkämpfer prügelt dich einfach nur auf seinen gegner ein erkennt die position des gegners nutze den schwung deines körpers nicht nur den eines armes merkt ihr das und setze es um dann wirst du länger am leben bleiben starker schwertkämpfer okay haben wir geschafft schwert meister wird das nächste so dann haben wir das hier jetzt so dann wäre 200 das als nächstes so kommt mit zwei klingen wir können zwei schwert da braucht man ein jagdgeschick auch noch okay dann hier große waffen könnten wir auch machen weiß ich nicht ob ich das will ich würde lieber ein händer mit schild armbrustschütze wie auch noch machen hier bräuchte man stärker aber schild parat bräuchten wir auch nur jagdgeschick okay stark schild parat armbrust hier auch noch altes wissen der helden macht zusätzlichen schaden gegen die kreaturen belias und der körper des helden heilt seine wunden auch außerhalb der ruhezeit ich glaube da bräuchten wir auch für alles jeweils ein lehrer was ist das hier schnelles lernen bei jedem stundenanstieg erhält der hält einen zusätzlichen lernpunkt benötigt das alte wissen 50 warte schwarz magie zauber der beschwörungs magie werden effektiver sie machen nahezu doppelten schaden und halten um die hälfte länger wassermagier feuer magie bräuchten bräuchten schmied haben wir schon mal gelernt hier nötig schmiede kunst 10 schmiede kunst 11 kann ich das ding hier benutzen vielen dank fremder das werde ich dir nie vergessen nimm dies hier von mir als zeichen meiner dankbarkeit 300 gold und noch mal okay zeig mir deine ware so was hat er hier ein degen hier schwert klingen bolzen bolzen stachelkeule ein hammer großstahl spitzhacke helle bade hier die darfst du haben haben wir noch mal ein bisschen gold verdient so ich wollte das ding benutzen womit denn ah ok schmiede hammer fehlt ohne schmiede hammer kann ich nichts machen da ich hätte aber auch gerne mittlerweile bessere waffe hier oben war doch dingens geld fort oder wie der hieß der doch eine gute waffe hat der hat doch sicherlich eine mit der ich in der lage bin die orks zu töten zeig mir deine ware schmiede hammer lang schmiede hier rostiger zweihänder ok das kostet wieder 2500 warum gegen das wäre das was irgendwie dein einhändiges schwert bietet das die optimale klingen über klinkschaden 75 das wäre das was ich haben wollen würde ich habe aber echt nicht genug gold dafür das schade ist das ist das ich habe sonst noch einen sport verdient drauf ab wir haben hier so ein den kann ich das hier hinpacken kann ich gar nicht okay dann verkaufen wir das ding mal geld fort zeig mir deine ware aber ich habe gehört du willst ein lauter haben dann würde ich aber sagen machen wir in der nächsten folge mal weiter und vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao jetzt noch cannon 105 105 basketball missions das war und schon ist Untertitelung des ZDF, 2020